Der Geschmack des Wassers und auch hier haben wir so eine ganz feine Kunsel, fast schaumig Deluxe, also ein Schäumchen, ein Wasserschäumchen. Hat mich sehr begeistert. Ist natürlich schaffend. Und ich will eigentlich diese drei Liter täglich erreichen und dafür braucht man so gewisse Routinen. Aber das hilft alles nett. Wenn man nett im Wasser getrunken hat, ist man auch gerne trinken. Und was ich persönlich super interessant finde, ist, achtet mal drauf in Zukunft bei den Wässern, die ihr mögt und die ihr nicht mögt. Was macht diese Kohlensäure eigentlich? Was spielt da eigentlich alles für eine Rolle? Gigantische Welt. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig begreifen und euch ein bisschen den Horizont öffnen. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit und schönen Abend. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.